Also, was war das? Was war das für eine Folge? Zwei Minuten, zwei Minuten sind noch übrig nach der Folge quasi für das ganze Turnier. An der Stelle natürlich begrüße ich euch alle zur Episode, zum Review, zur Episode von 128. Und es war wirklich eine sehr schöne Folge, eine schöne Folge, die mal ein bisschen Ruhe gebracht hat, aber auch total mich gehypt hat, mich gehypt hat für das Finale quasi. Die ganze Folge an sich fing erst mal damit an. Das Spiel dann gegen Vegeta, ja. Vegeta hatte gar keine Kraft mehr, überhaupt keine Kraft mehr, trotzdem versucht die ganze Zeit aufrecht zu stehen, die ganze Zeit zu kämpfen. Ich will nicht sagen, Zeit für Goku zu schinden, im Endeffekt war es dann so, aber ich glaube, während der Zeit, als er gekämpft hat, war es nämlich was anderes. Nämlich der Instinkt, der Instinkt dazu, jemanden zu beschützen, in dem Fall seine Familie, das Universum, und sein Versprechen an Kaaba. Also die ganzen Flashbacks, die für Vegeta da kamen, die waren wirklich sehr schön ausgewählt, war wirklich sehr, sehr gut. Als Bulmas Stimme noch kam, er hat gesagt hat, ey Vegeta, steh auf, es ist alles, was du drauf hast. Als er dann gesagt hat, musstest du mich jetzt schon aufwecken quasi. Und dann bin ich nochmal aufgestanden, ist wirklich, an sich, ich kann nicht zufriedener sein mit der Sache, wie sie Vegeta hier im Turnier gemacht haben, mit der Charakterentwicklung selbst von Vegeta. Ich meine, Leute, es kam aus Vegetas Munde. Er selbst hat zu Vegeta gesagt, du emotionsloser Typ, du weißt selber nicht, du weißt nicht, wie es ist, für jemanden zu kämpfen, die man beschützen will. Das aus Vegetas Munde, Leute. Wenn Vegeta kennt, wie er zum ersten Mal erschienen ist, und den jetzigen, wow. Wow, und ich bin wirklich völlig zufrieden, auch ja, auch wenn Vegeta jetzt draußen ist quasi. Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht, finde ich, an der Stelle. Vor allem, wie er rausgeflogen ist, wirklich emotional. Das war von Anfang bis Ende der Kampf mit G, denn vor allem in der Folge jetzt, ein Deathmatch. Wirklich ein männlicher Kampf. Er konnte nicht mal sich in Superszenen verwandeln. So schwach war Vegeta, so keine Kraft hatte er. Trotzdem ist er einmal, zweimal, dreimal aufgestanden, hat versucht trotzdem zu kämpfen, quasi Mann gegen Mann, wirklich. In einem Deathmatch. Also männlicher ging es gar nicht quasi. Und, wow. Dann ist er schließlich doch noch rausgeflogen, aber wie er rausgeflogen ist dann quasi, hat es selbst zugeben müssen, ich habe es leider nicht geschafft, ich konnte mein Versprechen nicht verhalten. Hat dann auch kurz vor seinem Rausschmissen noch gesagt, selbst wenn ich nicht gewinne, Universum 7 muss gewinnen. Und das, Tränen. Wir haben Tränen gesehen, aus wie geht das Augen. Das waren dann quasi Tränen, weil es leidet, er hat gekämpft bis zum Schluss und hat es leider nicht geschafft. Kann ich ihn total verstehen. Das waren dann quasi so diese Tränen. Und nicht Tränen so quasi, ah, ich bin jetzt draußen, sondern nein. Das waren quasi solche Tränen, wo man wirklich bis ans Ende gekämpft hat, alles gegeben hat und es dann trotzdem nicht gereicht hat. Da muss ich dann total erinnern an Linkin Park in the End, den Song davon. Da gab es damals wirklich sehr geile AMVs mit Vegeta. Das hat mich total daran erinnert. Und dann als er noch rausgehe, habe ich gar nicht damit gerechnet. Kakarotto, I'll leave the rest to you. Ich überlasse dir den Rest. Gib Kakarot noch einen Energieschub, damit habe ich echt nicht gerechnet. Er hat dann rausgeflogen quasi auf der Zuschauer-Tribüne. Zack, Sensu-Winereien, wie wir es kennen, und schon war er wieder fit. Und haben wirklich alle mitgereizt, mitgefiedert für Vegeta. Kakarotto genauso. Dann stand Kakarotto auf mit dem Boost von Vegeta und ihm war bewusst, Vegeta hat zwar mit sich selbst gesprochen, in einem inneren Monolog, als er alles gesagt hat, was ich eben gesagt habe. Also er gekämpft hat, sein Versprechen leider nicht aufrechterhalten konnte. Aber Goku hat dann gerade gesagt, ich habe mich klar und deutlich gehört. Natürlich hat er das quasi dann mitbekommen, gehe ich davon aus, weil er wieder das Energie bekommen hat. Er hat noch die allerletzte Energie von Vegeta. ist mit der Energie aufgestanden, in Blue gegangen, hat er quasi jetzt gezeigt, okay, jetzt wird's ernst, jetzt wird's ernst. Jetzt ist Manker. Und ja, auch an der Stelle dann, hat Goku versucht, ist in Blue gegangen, instant, hat versucht, gegen Izzy dann mitzuhalten. Hat nicht geklappt. Ja, Goku selbst hatte ja auch gar keine Kraft mehr, auch wenn es zum Schub von Vegeta kam. Trotzdem hat Goku keine Kraft mehr gehabt. Trotzdem hat er auch an der Stelle gesagt, alle vertrauen mir, das ganze Vertrauen ist bei mir, von meinem Universum, Gohan, bla bla bla, und Roshi, Vegeta, ganz stark. da wurde die Bindung, diese Bindung wurde ganz cool dargestellt, finde ich auch, in den letzten Folgen, Goku, Vegeta auch, auch die Beziehung so. Finde ich cool, dass sie das ein bisschen aufrechterhalten wollen. Vor allem diese Bindung von Saiyajins, ja, wie sie da immer kämpfen, bis ans Netze gehen, finde ich sehr, sehr cool, dass das wirklich mal ein Highlight bekommt, in den Vordergrund gestellt wird. Und dann hat Vegeta gemacht, was, äh, gesagt, was bringt es dann euch noch? Wenn dein ganzes Universum, ähm, das ganze Vertrauen an dir legt, bringt auch nichts mehr, du bist down. Hat den einen gegeben, zwei gegeben, der Final Schlag, dann ist es zum Final Schlag gekommen. Vegeta hat noch seine Faust so ein bisschen, äh, einen Boost gegeben mit seiner roten Aura. Das war wirklich, das war wie in Boxen, Boxkampf, ja. Wenn, wenn nichts mehr geht, wenn keiner mehr Kraft hat und an sich so, diese Kämpfe, One-on-one, Vegeta gegen Jiden, diese männlichen Kämpfe, Goku gegen Jiden, haben mich sehr stark an Hajime no Ippo erinnert, vor allem wie Jiden da zuletzt, äh, zuletzt ausgeholt hat. Also an alle Hajime no Ippo Zuschauer, ihr wisst da wahrscheinlich, was ich meine. Da holt Jiden eine raus. Alle schauen auf Goku, Goku geht in sich. Und dann, oh mein Gott, Boom, der Auslöser hat quasi, Kakoroto, man hört ein Kakoroto von Vegeta, Vegeta hat quasi, jetzt raff dich endlich, und dann, dun, 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 da kam die Ultra Instinct Musik, und Goku war einfach weg, das soll dann Dokkan Pest, wenn er Leben unter 50% ist, dodged er. und da hat er den Heap von Jiden ist sehr gut gedodged, also das war krank, das war krank. Jedenfalls hat er dann den Heap von Jiden gedodged und ist ein Ultra Instinct gegangen und alle waren baff. Alle wussten, oh, jetzt wird es ernst. Viele haben es gefragt von den Zuschauerrängen, er ist jetzt nochmal in die Form gegangen, das, vor allem für Universum 11, die Kai-O-Schnitte hat gemeint, das könnte jetzt schlecht für ihn sein, das könnte im Brennzug führen werden, das ist nur noch zwei Minuten, und jetzt hat er den Modus nochmal erreicht, wie gegen Jiden davor, beim ersten Kampf gegen Kevlar, einer hat sogar gemeint, hat er jetzt die Form quasi gemeistert, an der Stelle muss ich vorsichtig sein, weil es sind schon wirklich Spoiler draußen zum Ultra Instinct, ich will da nicht viel zu verraten, wir besprechen nur noch was in der Folge abgegangen ist, aber die meisten werden wahrscheinlich Teil dazu denken, und genau, dann ging Goku in Ultra Instinct, hat Jiden einen Heap verpasst, das hat ihn wirklich mitgenommen, und am Ende vom Kampf quasi an der Folge, nicht Kampf, sondern am Ende der Folge, standen sich beide gegenüber, und das wurde alles aufbereitet, für den finalen Showdown, für den finalen Showdown, Ultra Instinct Goku gegen Jiden, vor allem wie das alles verpackt wurde in der Folge, wie das an sich aufgebaut wurde, 1A, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit, ich würde gerne interessieren, wie ihr das Ganze aufgenommen habt, mit wie ihr das rausschmiss, mit den Beziehungen, und so weiter und so fort, mit dem Erscheinen von Ultra Instinct, das wieder den Ultra Instinct Modus erlangt hat, und was denkt ihr, was denkt ihr, wie wird uns der zweite gehen quasi, denn, wir dürfen nicht vergessen, eine Sneaky Red ist noch im Ring, Freezer, wo zur Hölle ist Freezer, also bitte, da habe ich noch ein bisschen Angst, ich will jetzt keine Theorien aufstellen oder so, aber ich habe davon ein bisschen Angst, dass der Freezer quasi irgendwie doch erscheint, hohohoho, mit seiner Lache und sagt, ja, gg, ich bin doch noch da quasi, ich habe gewonnen, also, reine Spekulation von der Theorie, also, das ist kein Spoiler oder so, nicht in den falschen Hals nehmen, aber ja, wir dürfen nicht vergessen quasi, das was ich erwähnt, Freezer ist irgendwie auch noch da, aber natürlich jetzt der Showdown bei Ultra Instinct und Giden, und als Goku diesen Ultra Instinct erlangt hat, ich war baff, ich war total baff, meine Reaktion war, Anyways Leute, so viel quasi zu der Folge, war wirklich eine knappe, kurze Folge, so viel kann man uns eigentlich nicht sagen, es ist genau auf den Punkt gebracht, und das fand ich perfekt, fand ich perfekt als Vorbereitungsfolge quasi, für das, was uns noch bevorsteht, wie gesagt, wie verändert ihr das Ganze, würde mich auf jeden Fall interessieren, lasst mich in den Kommentaren wissen, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, und wir sehen uns das nächste Mal, Peace.